Los geht's. Ich muss erst die Geschichte erzählen. Ja. Ihr Kinder, ich weiß nicht so. Nur ihr könntet könne Gleichheiten, bevor der böse Zauber um 6 Uhr eintrifft. Die Zeit trefft. Los geht's. Wo ist der Hund? Ja. Ja. Und dann suchen. Du findest die Nüsse? Nein, Papa. Ich möchte ein Stück Brot. Wir haben keinen. Nein, nein, nein. Die Pizze. Nein, ich hoffe nicht. Im Kinderzimmer könnt ihr euch ausruhen. Sucht in der Kapelle. Sucht in der Waffenkammer. Okay. Danke. Aufnehmen. Ich möchte Trauben. Suchen. Du findest die Karotte. Du findest die Karotte. Du findest die Kutze. Du findest den Käse. Den Käse. Ich bin der Zauberer. Du wirst diese Türe nicht öffnen. Ich nehme einen Schlüssel. Ich nehme einen Schlüssel. Okay. Ja. Ja. In diesem Raum gibt es keinen verzauberten Gegenstand. Mache eine andere Aktion. Ja. Sie lässt gucken. Im Kinderzimmer könnt ihr euch ausruhen. Sprecht mit der Schlange. Sprecht mit dem Esel. Jetzt kannst du mit der Schlange oder mit dem Esel sprechen. Wir helfen. Mache einen weiteren Zug. Mach mal den Zug rein. Auge. Hier findest du nichts. Sucht in der Waffenkammer. Sucht in der Kapelle. Ich bin der Käst. Ich gehe vier Räume weiter. Ich habe das schon gesehen. Sucht in der Kapelle. Sucht in der Waffenkammer. Sucht. 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 Das ist das Wildschwein. Und dann suchen. Nein. Das ist ein Kaisern. Sucht ist das Auge. Was machst du jetzt da vorne? Oh je. Wenn wir das nicht schaffen, das wäre bloße Zaurer. Trauben haben wir hier. Ja, aber sie suchen. Mache einen weiteren Zug. Die Trauben sind noch für uns. Eins. Na, so was er haben will. Ich bin die Fee. Ich werde dir helfen. Mache einen weiteren Zug. Ereil dich. Hier findest du nichts. Durch in der Waffenkammer. Da haben wir schon besucht. Ja. Mist. Oh eh. Der Rabe hat die Kirschen bestohlen. Mist. Träge das entsprechende Plättchen zurück. Neben den Spielplan. Das ist zur Strafe. Nein, um Sprechen. Oh oh. Gib mir die Pilze. Wir haben Pilze. Wo sind die Pilze? Da sind die Pilze. Die haben wir gemalt. Das sind die Pilze. Die muss jetzt in die Waffe vergeben. Ja, jetzt kannst du Wildschwein geben machen. Mal den Wildschwein geben. Und die Hand. Ja. Reden Sie jetzt mit dem Tee, bevor du ihm das Futter gibst. Ja. Gib mir die Pilze. Wir haben die Pilze noch gar nicht. Wir sind ja im Lebensspielplan gelegen. Ja. Ne, ne. Wir haben ja schon mal mal zurück hingemacht. Dort könnt ihr die Tür zum Verlies öffnen. Wir sollen in der Waffenkammer suchen. Das heißt, das nächste Mal Bildschwein suchen. 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 Auge. Auge. Gut gemacht. Du hast den geheimen Schalter gefunden. Er öffne die Tür zum Verlies. Oh oh. Entferne die Tür. So. Das haben wir gemacht. In diesem Raum gibt es keine verzauberten Waffen. Ja, okay. Dann warte ich dazu. Mache eine andere Aktion. Dann geh ich hier. Gib mir den Käse. Wir haben einen Käse. Du hast gesehen. Der Dieb trägt Kleidung mit langen Armen. Also alle mit kurzen Armen sind raus. Damit können wir zwei Verdächtige ausschließen. Du findest den Traum? Ja. Ich bin der Zauberer. Um 6 Uhr wird das Königreich hier gehöre. Es ist schon 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Ach, da schaut man. Traum haben. Ich habe auch um 6 Uhr eintrefft. Ich möchte Kirschen. Engg daran. Besuche in Schlosshausen. Ich wollte das haben. Nein, ich möchte Kirschen. Wir haben keine Kirschen. Wir haben keine Kirschen. Wo bist du denn gewesen jetzt? Nochmal. Umgeben. Nein, wir haben kein Brot. Was sollen wir denn im Mund geben? Also, wir haben kein Brot. Kannst Brot und Regen machen. Da kann man dir was erzählen. Dann sagt er dir, ich möchte ein Brot haben. Ja, probier mal aus, ob das stimmt. Oder sehen. Ja, mach mal. Da haben wir doch schon 10 Mal gesucht. Ja. Findest du nicht? Such dir der Waffenkammer. Such dir den Schlosshof. Das haben wir schon 20 Mal gemacht. Ich gehe drei Räume weiter. Jedes Mal umsonst suchen, ist kurz vor dem Zaubererangriff. Dein Zug ist zu Ende. Was ist das? Was ist das? Gib mir die Karotten. Ja, Karotten. Kann ich weiterhelfen? Sucht im Stall. Dort werdet ihr einen Schlüssel finden. Ja, hier findest du nichts. Sucht im Schlosshof. Sucht im Stall. Ich bin die Fee. Ich werde dir helfen. Mach einen weiteren Zug. Hast du auch etwas gedrückt? Ja. Ja, hab ich. Du findest einen Schlüssel. Nimm einen Schlüssel. Ja. Die, 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 die. Gib mir den Abschluss. Ich habe Folgendes gesehen. Doch, mir hab er. Du trägst eine Kopfbedeckung. Grundeinander. Ja, dann können wir zwei fertig wieder ausschließen. Ja, mach mal. Ja, ein Geheingang führt dich zum großen Saal. Stelle deine Figur dorthin und führe dort eine Aktion auf. Das ist der Saal. Das ist der Garten. Eine Aktion mit und und geben. Machen wir geben. Ja, ja, reden Sie erst mit dem Tier, bevor die in der Trottung geht. Ja, Brot haben und reiten. Ich möchte ein Stück Brot sucht in der Waffenkammer. Oh, ich will das heißen. Ich sehe drei Räume weiter. Dein Zug ist zu Ende. Du findest das Brot. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Verhält euch. Verhält dich, Mann. Verhält dich. Du bist schon drin. Ja, kannst du auch drin bleiben. Das ist so. Hund, Hund, Hund. Hund. Geben. Nein, es wird ihm reden. Gib mir das Brot. Jetzt darf es ihm geben. Du findest das Brot. Nein, du musst direkt auf... Ja. Doch. Nein, du musst erst mit ihm reden und dann direkt auf die Talen drücken. Das ist die Kirche. Nein, du musst erst mit ihm reden. Nein, du musst erst mit ihm reden. Ich will das Brot. Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Sucht im großen Saal. Dort könnt ihr die Tür zum Trunk öffnen. Ja, du musst erst mit ihm reden. Der Hund. Gut gemacht. Du hast einen geheimen Schalter gefunden. Er öffnet die Tür zum Turm. Entferne die Tür. Gott, der böse Zauberer. Ich bin der Zauberer. Ich verschließe die Tür zum Verlies. Oh. Mist. Ich stelle die Tür zurück vor das Verlies. So was? Benutzt den geheimen Schalter. Wenn du doch willst, wo er ist. Oh. Oh. Durch eine Falltür bist du in den Schlotthof gerutscht. Mist. Stelle dir deine Figur dorthin. Mein Zug ist beendet. Oh. Was auch immer du willst mit der Eule. Mach irgendwas. Die Eule ist oben rechts. Du findest die Eule. Super. Keiner wollte die Beine. Oh je. Oh je. Durch eine Falltür bist du in den Schlotthof gerutscht. Du stehst ja direkt drauf. Kein Wunder. Dein Zug ist beendet. Jetzt bin ich im Verlies. Jetzt ist die Annika reingespört. Es sind schon fünf. Es sind schon fünf. Ich bin hier vier. Nach drei kommt es vier. Es sind fünf Uhr. Es ist schon fünf Uhr. Komm her. Dreht euch. Mach was du willst. Ja super. Ja komm reden. Reden, reden. Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Ah. Sucht in der Waffenkammer. Dort könnt ihr die Tür zum Verlies öffnen. Jetzt aufs Auge drücken. Wähle zuerst einen Raum. Gut gemacht. Du hast einen geheimen Schalter gefunden. Er öffne die Tür zum Verlies. Entferne die Tür. Oh, ich bin der Geist. Ich jage euch alle zurück ins Kinderzimmer. Stellt alle Figuren drauf in. Dein Zug ist zu Ende. Ah, da ist die Eule. Ja. Danke. Gib mir die Nüsse. Wir haben Nüsse. Wir haben Nüsse. Ich habe voll gut gesehen. Der Dieb ist dünn. Gott, ey. Der Dieb ist dünn. Und dann müssen wir zwei Verdächtige ausfließen. Nein. Brauchen wir nur noch klein oder groß. Und dann haben wir es. Jetzt haben wir es gleich. Haben wir da schon Essen gegeben? Ja. Was ist die Schlangen? Und reden. Ich habe euch bereits alles gesagt. Nein, sie hat schon mit uns reden. Sprecht mit dem Traum. Sprecht mit dem Drachen. Sprecht mit dem Traum. Sprecht mit dem Traum. Ich bin die Vieh. Ich werde dir helfen. So, du darfst einen Weitungszug machen. So, du darfst einen Weitungszug machen. So, du darfst einen Weitungszug machen. Frau. Gib mir die Birne. Wir haben eine Birne. Wir haben Birne. Hier. Jawoll. Wir schaffen das. Und jetzt geben. Geben. Ich habe voll gut gesehen. Der Dieb ist eine Frau. Ha. Der war nicht der Verdächtige. Dann müssen wir zwei Verdächtige ausschießen. So. Juhu. Wir haben den Dieb erkannt. Und den Rehn gefunden. Juhu. Gut gemacht.